Hallo und wie versprochen zurück an der Geiltenstelle, wo wir einen Cut gesetzt haben. Jetzt geht es erstmal weiter. Äh, dort dann wahrscheinlich das nächste Ziel, oder? Nehme ich mal stark an. Hm. Das ist ja schon gut los. Das ist ja schon gut. Ah. 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 Na komm. Ah. 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 Oh Gott. Oh. Nein, 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 das hab ich ja schon, das dachte ich schon nicht. Wie kommt, wie ich deinen Jacken zerscheinen kann? Nee, kann ich nicht. Schade. Oh, da ist schon abgetransportiert bereit. So, nehmt sie mit, Jungs. Gott. Du kennst den Weg. Du kannst fahren. Wo gehen wir? Party mit Post Office? Hä? Jetzt bin ich gerade... Äh... Ich kann nur an die zwei... Aber warum muss ich hier noch was machen? Die Musik ist ja noch nicht vorbei. Ach, da hat er noch ne Leiche. Stimmt ja. Oh Gott. Manchmal seh ich echt alles. Ey, warum vergesse ich hier immer so etwas? Was? Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Gut. Jetzt gucken, was ist... Da auch noch was? Nein. Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, diese sind gute Leute. Jetzt aber. Jetzt aber. Nicht jeder hat eure unwaverte Entschuldigung in der face of temptation, Cole. Ah, jetzt ist es euch gestrichen. Wir wissen, wo wir gehen? Tja, wir gehen zum Treffpunkt, nehme ich mal an. Ich mag Roy nicht. Er hat uns verraten. Ich hasse Roy. Da ist irgendwas im Busch. Oh. Na? Ja. Auf die Vollmage! Wir werden eins fired, Kiel jetzt! Ah, den das sagte. Ah, suck? Das nirgut! Was ist da? Was ist da? Was ist da? Wir machen eine Runde nach ihnen! Geschafft! Ein bisschen Action! Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct, protocol 11K, I'll take that as a roger. Car 11 King on rune. Man möchte mit uns reden? You're behind the wheel. Fine, where are we headed? Dort hin, wo man mit uns reden will. Ganz einfach. Ja, Courtney Sheldon kennen wir ja schon aus der Zeitung. Der, in dem wir mal, äh, in den Zeitung aufgeblättert haben, dann sieht man ja, dass dieser Courtney Sheldon mit uns reden möchte. Roy! In meinem Office, wenn Sie bitte. Ich arbeite in einem großen Fall. Ich bin nicht nahe, Cap. Es wird warten. Lass Phelps die Interrogation machen. Aber Cap? Keine Beine. Das ist mehr wichtig. Ich soll's alleine machen? Okay. So, you're the first in the family going without us. Was macht Caruthers, hier? Was mein ehemaliger Captain. You're an interview too, Phelps. There's a quack in there with him. Da. What gives? Eat me. Word came down from the Chief. Said it was okay. Okay. Where's the phone? Sheldon. Is this your attorney? No, Detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tudor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very broad future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Oh, oh, oh. Erzähl mal, was über die 6 Marines auf der Abschussliste. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. It leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Das ist gelogen, denn wir haben das Schützen-Notizbuch gefunden. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Ganz einfach, mit dem Schützen-Notizbuch. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old dude. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Natürlich. Du bist aber von der Zeitung vorgekommen. Was kannst du mir über den Raub der SS-Coldridge erzählen? You were on the ship, Sheldon. Yes. That's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Das ist wiederum gelogen, und wir haben ein Geständnis bekommen von jemandem, der vor kurzem gestorben ist. So you don't mind that the mob executed. McGoldrick, Driscoll and Beckett to get to you. I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Becks Geständnis. Der hat ja gerade vor seinem Tod irgendwas gesagt. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does. Because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor. Good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office. Now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Ah. Was soll das denn alles? You certainly had us full, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir. What is going on here? You're suspended, Phelps. And over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife. Your children. Consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun? Keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? It's not true. It's not true. It's not true. It's not true. Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughter. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie, can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I've had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. I can't stand it, Cole. I'm... I can't stand it, Cole. ...informiert. Das ist auch nur ein Ehebruch. Das verstehe ich nicht. Ich bin gerade echt sprachlos. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll das? Das ist doch nur... Ich verstehe das nicht. War das in den 40er Jahren wirklich so schlimm? Wirklich? Das glaube ich einfach nicht. Der Gas, Mann! Der hat doch gar nichts in den Händen. Ich sehe da nur ein unsichtbares Rohr oder was da in der Hand halt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was du gemacht hast oder nicht, Phelps. Biggs will show you the ropes, Phelps. Das ist arson. Es gibt keine Ropes. Es sollte nicht lange dauern, dann. Jetzt ist schon wieder neues Revier und dass ich mich gewöhnen muss. Super. Super. Einfach super. Ja. Das ist doch kein Fehler. Ich verstehe das nicht. Da lebt eine Deutsche in Amerika. Da lebt eine einzige Deutsche in Amerika, ne? Und dann wird man so behandelt. Das verstehe ich nicht. War es in den 40ern wirklich so schlimm? Ich war die Türknocken am Morgen, aber ich muss es auf dem Auto machen. Steffens Hausfront. Fahren wir mal da hin. Wie lange haben wir gearbeitet, Arson? Wir gehen mit dem Smalltalk? Wir gehen jetzt mal mit dem Ball? Ich glaube nicht. Ich fühle mich an, Herr. Ich fühle mich an? Ich nehme mich an? Ich finde, ich bin halt. So, das ist wie es jetzt wie es sein wird, Puck? Ich habe schon gesagt, ich mache nichts. Ich habe das Essen, was ich an den ersten Station. Ich bin auf dem Station. Der kleine Junge ist auf der Kugelbaut, der kleine Kugelbaut hat. Ich habe mir das Zeit genommen. Was ist, wenn er jetzt gefahren wäre? Was ist, wenn er in meinem Parken ist? Hallo, Mike. Hey, Hirsch. Ja, Mike Branigan. Cole Phelps. Okay, Branigan. His name may be dogshit, but there's none in his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffens' family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing we ever won in their lives. When they come home with us. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. Look at the whole block, then it burned down. Where it is, they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GEIs. That's the man in the house. In the ruins. Teary lady's wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. But that's what we'll do in the next episode. As it goes, stay tuned. And until tomorrow. Ciao. T Kao. Great. I do not. running out. Thank you.